ja meine lieben wir sind jetzt hier in der schatzkammer christian habe ich fast gesagt ja gut es ist ziemlich dunkel ist sicher nichts und man kann christian auch nicht erkennen da sieht man schon dass es ziemlich dunkel ist und christian müssen wir uns jetzt nicht fotografieren wenn ich das teilen habe dachte schon und das sieht hier alles sehr beleuchtet aus also ich werde hiervon jetzt kein direktes video drehen das ist ein bisschen doof aber ich habe dazu auch noch ein buch gekauft und das hat jetzt hier 500 quadratmeter und drei etagen also auf drei etagen verteilt wir haben jetzt genau noch eine stunde zeit quasi uns alles anzuschauen noch von der dummschatzkammer danach machen sie zu und ja immer einfach mal sehen wie das jetzt wird ich werde auf jeden fall fotos machen und den facebook posten und dann seht ihr auch noch mal ein paar bilder mal schauen und ja in diesem sinne werden wir jetzt diese zeit nutzen also bis dahin